Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute über das Thema Geld. Ich rede heute über dieses Thema, weil es viele YouTuber gar nicht machen und auf YouTube habe ich leider schon viele Videos gesehen über das Thema Geld. Da ging es aber eher um YouTube Money, was mich natürlich nicht interessiert, da ich dieses YouTube Money nicht mehr mache und es auch nicht möchte, obwohl es sich für mich lohnen würde. Aber das interessiert mich ja nicht und ja, es geht mir heute eigentlich um das Thema Geld und wie wichtig Geld eigentlich ist. Naja, viele wünschen sich Geld gar nicht, die sagen Euro ist scheiße, aber ohne den Euro gäbe es dieses Video nicht, weil ich mir diesen Turtle Beach PX21 headset gar nicht kaufen könnte, den Laptop nicht und die Kamera. Und du könntest dir auch kein Handy oder Laptop kaufen, um dieses Video überhaupt zu sehen, geschweige denn die Stromrechnung bezahlen ohne diesen Euro. Also ist das doch schon eine tolle Währung, finde ich. Ich finde den Euro nicht scheiße, ich finde ihn toll. Ich lege einen Großteil meines Geldes, was ich verdiene, an und zwar ich spare es. Erstmal, ich habe eine Wohnung, da braucht man Rücklagen, das ist ganz klar. Ja, das war mir klar, weil ich habe ja schon immer einen Traum gehabt von der eigenen Wohnung, also von der eigenen Wohnung und nicht einfach eine Mietwohnung, wo mich der Vermieter irgendwann mal rausschmeißen kann, weil er die Wohnung für sich braucht. Nee, meine eigene Wohnung. So, natürlich, eine eigene Wohnung heißt natürlich auch Verantwortung und das heißt auch Geld anzulegen. Das sind die 60 Euro, das ist viel zu wenig. Wenn du eine eigene Wohnung hast, kannst du keine 60 Euro jeden Monat zur Seite legen. Da musst du höheres Kaliber anfahren. Da musst du mindestens 250 bis mindestens 300 Euro im Monat weglegen. Und dann passt die ganze Geschichte. Und das mache ich auch. Teilweise mehr, teilweise manchmal 600 Euro, teilweise auch 700 Euro, die ich im Monat auf ein Sparbuch anlege. So, auf dem einen Sparbuch habe ich jetzt 10.000 Euro, auf dem anderen Sparbuch habe ich 600 Euro, auf dem kleineren mit dem 600 Euro will ich auf jeden Fall die Tausender Marke noch knacken. Und dann werde ich mein Geld auf ein Tagesgeldkonto anlegen. Ich werde jetzt nämlich dieses Jahr noch mein ganzes Geld nur noch auf das Tagesgeldkonto anlegen. Da gibt es kaum Zinsen, das interessiert mich auch nicht. Aber ich denke, das Tagesgeldkonto eignet sich hervorragend, um Geld anzulegen. Verfügbarkeit ist wunderbar. Und ja. Jetzt ist es so. Viele Leute, die Geld sparen, werden geizig. Sie wollen es nicht mehr hergeben. Habe ich schon oft gesehen. Ich kenne ja einige Leute, die aufsparen, die sagen, oh, ich gebe doch mein Geld nicht aus. Oh, das habe ich gespart. Das ist mein Geld. Und da fängt der Fehler an. Jeden Euro, den du sparst, musst du doch ausgeben. Sonst hättest du das Geld ja auch anzünden können. Und jeden Euro, den ich hier in der Hand halte, der wandert auf das Tagesgeldkonto hier. Der wandert auf das Tagesgeldkonto. Der, der, der. Und all diese Scheine werden ausgegeben. Vielleicht nächsten Monat, vielleicht in einem Jahr oder vielleicht in vier Jahren. Dann, wenn ich es brauche, dann gehe ich zur Bank und switche es auf mein Girokonto. So, so sieht das aus. Geld sparen ist wichtig. Das ist jetzt meine, bei mir ist es halt einfach so, ich vertraue den Sparbüchern und ich vertraue dem Tagesgeldkonto. Dort lege ich mein Geld an. Ich will natürlich auch noch in andere Sachen investieren. Und das wäre Silber. Ein Edelmetall, was jetzt relativ billig ist. Und in Zukunft natürlich höhere Preise erzielen kann. Ist aber nur eine Spekulation. Edelmetalle ist immer eine ganz gefährliche Sache. Auf jeden Fall, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, Geld anzulegen. Egal, ob ihr jetzt Taschengeld bekommt oder was weiß ich. Eröffnet ein Sparbuch, ein Buch, in dem ihr Geld anlegen könnt. Das heißt, ihr beantragt dieses Sparbuch. Dort ist euer Name. Und wenn ihr dann zur Bank geht, 5 Euro hinbringt, dann sind diese 5 Euro da gebucht. Und da steht dann 5 Euro. So sieht das aus. Das ist ein Sparbuch, super gute Sache. Und habe ich auch. Und ja, so sieht das aus. Ja, warum sparen? Wieso? Vielleicht für einen Urlaub, vielleicht für einen neuen Computer. Oder vielleicht für wirkliche wichtige Dinge. Wie zum Beispiel der Führerschein oder für die erste Mietwohnung. Oder du willst tatsächlich irgendwann mal, oder du hast irgendwann mal den Traum, ein Haus zu kaufen. Ja. Oder auch eine eigene Wohnung. Dann würde ich dir auch auf jeden Fall raten, Geld zu sparen. Und wenn du dir eine eigene Wohnung kaufst oder ein eigenes Haus, dann wirst du erstmal merken, oh scheiße, du musst erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen, um überhaupt Grundbucheinträge zu bezahlen. Also das, was überhaupt nichts mit der Wohnung eigentlich so zu tun hat, physisch, sondern eher so staatlich. Dann wirst du merken, oh, du musst erstmal locker 15.000 Euro bezahlen, ohne Grundbucheintrag. Dann das hier, dann das hier, bla bla bla. Und dann musst du noch den Makler bezahlen. Der Makler 3, 4, 5.000 Euro. Das ist schon eine Wucht. Gut, aber ich empfehle es euch auf jeden Fall. Aber macht erstmal, wie schon gesagt, eine Ausbildung. Ohne Ausbildung könnt ihr den Traum nicht erfüllen. Es sei denn, ihr gewinnt im Lotto. Ihr gewinnt im Lotto oder seid sowieso schon reich, aber das sind die wenigsten. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Das war das Video über Geld sparen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.